Im Londoner Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds ist ab diesem Freitag auch die zukünftige Königin Camilla zu sehen. Camilla, die derzeit als Queen Consort, also Königsgemahlin bekannt ist, wird am Samstag, den 6. Mai, an der Seite ihres Ehemannes König Charles III. zur Königin gekrönt. Die neue Camilla-Figur trägt ein dunkelblaues Kleid der Designerin Anna Valentine sowie Nachbildungen einer Krone mit passender Kette, die einst schon Queen Elizabeth II. trug.